so dann lassen wir es einfach mal bleiben mit der armen frau ich habe keine ahnung wie ich das machen soll mit vier gegnern mit laumen sind ich habe ja überhaupt keine munition mehr hoch ja deswegen vielleicht ist es doch open-worldiger als man glaubt und ich komme später noch mal zu ihr das wäre optimal ansonsten hat sie einfach pech gehabt da mir die versuche ausgehen langsam da kann ich glaube ich rüber da war doch irgendwas zum schwingen oder ja was jetzt auch von der top des real car i could reach the grapple point war Ja, da ist noch was. Ein Obstalat. Uh, noch mehr. Schmerzmittel. Perfekt. Oh, ich gehe nochmal kurz vor sich selber hoch, um meine Ausdauer zu regenerieren. Ach, ich muss sowieso hoch, um drüber zu kommen. Wunderbar. Renne! Aufbalanciert Dinge an, da zu rennen, verbraucht keine Ausdauer. Alles klar. Ach, von hier aus kann ich dann da rüberspringen, wahrscheinlich. Dort, wo ich herzlos nicht... Ah, ne, wahrscheinlich... Ja, genau. Mit dem Entenhaken geht es bloß. Wunderbar. Die arme Frau konnten wir zwar nicht retten, aber die sah auch nicht so unglaublich in Gefahr aus. Vielleicht gehört sie jetzt sogar zu denen und wird gar nicht bedroht von ihnen. Wer weiß das schon. Und ich merke gerade, meine Stimme ist heute etwas kaputt. Ich weiß nicht warum. Hey, du! Oh. Oh. Oh ja, pech gehabt. Wer mit mir anlegt hat geschissen. Die Texturen sind aber echt übel schlecht auf dem PC hier. Da hätten sie etwas nacharbeiten können. Oh shit. Zwei mit Pistole. Ich habe keine Munition mehr. Ich weiß nicht, wie viel Probleme du hier hast. Ich lebe dich laut und klar. Oh, was ist das? Warte, Leute. Keine Neuheit für das. Wirklich. Komm, nimm. Warte, komm. Der hat ihm seine Pistole genommen. Da. Jetzt gehe ich aber nieder. Warte, Leute. Warte, Leute. Ich hoffe, May ist okay. Das ist ja hart. Ich habe mir gedacht. Wo mache ich das denn jetzt? Du wirklich nicht möchtest. Du möchtest. Ich sage dir, Herr. Ich werde dich mit Gott sein. Ich werde dich laut und klar. All right. Hey, nein. Oh, Gott. No. Please, don't. Step back. No, no problem. No. Don't. Ah. Please. No need for that. Really. Ah, ja. Perfect. Und. Bam. Please. Don't let me die. Ja. Natürlich. Wieso soll ich dich am Leben lassen? Gerade wolltest du mich umbringen. Was ist mit dem da unten? Liegt der da noch irgendwo? Ich sehe ihn nirgendwo. Schade. Das wäre doch cool, wenn ich den noch looten könnte. Wobei der da auch nur eine Machete und nichts Spektakuläres dabei. Aber zumindest habe ich jetzt wieder eine Munition, genau. Eine Kugel im Lauf. Das hilft ungemein. Tja. Dann machen wir das doch. Schade. Ja. Und schau mal. Ich habe eine Medizin für dich. May ist jetzt aufgerüstet. Ich habe die Medizin, die sie braucht. Sie hat mich so sehr daran erinnert. Ich bin sicher, dass sie gute Freunde wären. I want to sleep. Psst. What's going on? Henry. Henry. May's fever has gone down. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out on the street, she'll just start coughing again. Now go. A subway tower has been used since the event to avoid the dust cloud. From the mall station, follow Line 4 and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Heaventon. Let's find a way down to that subway station below. Do you have a daughter of the same age as me? Yes, I do. Where is she? I don't know May. I came back to Heaventon to find her. Well, since you are helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. That will be a big help. Oh, that's fine. So. Gibt's hier irgendwas? Hier muss es doch irgendwas geben. Nichts. Da hinten brennt ein Feuer. Das brennt nicht umsonst. Also brennt hier Feuer, aber es ist keine Sau da. Oh. 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 Und was? Hä? Hier ist absolut nichts. Was soll ich hier drüben? Ich kann hier runterklettern. Ach, bis runter. Ein schnellerer Weg. Okay. Obola. Kann ich hoch? Oh, warte mal. Ich geh mal noch ein Stückchen hoch. Vielleicht ist ja hier was, was verstecktes. Ich glaub, hier kommt man sonst nirgendwo hin. Jawohl. Ach, schon wieder ein Glätterhaken. Ich weiß mal, wenn hier jemand ein volles Magazin liegen lässt. Das wär doch mal cool. Ja, aber die... die... ...need water... ...plakate gehen den auch nicht aus hier. Okay. Mehr gab's denn oben nicht. Aber gut. Gut. Was will man mehr? All the way down. Ja. Gut. Willst du mit uns bleiben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber naja. Ach, ins Lagerfeuer stoßen. Krass. Das ist das Ort, das Henry mir gesagt hat. Ich... ...und... ...folle Line 4. Ich nehme nur den Kindern zu einem selben Ort. Wir haben auch hunge Kinder. Ja, das bist du. Oh, doch. Das werde ich tun. Oh ja. Oh, der hatte sogar zwei Kugeln, der Typ. Wie cool ist das denn? Dass die Kamera zwischendrin etwas hängt, wenn ich schwenke, das liegt nicht an meiner Maus und auch nicht an meinem nicht existierenden Mauspad, sondern das ist die Kamera im Spiel. Ich weiß nicht, wieso... Oh, zwei Schmerzmittel. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hängt die ab und zu, die Kamera. Schmerzmittel. Dann haue ich hier gleich mal rein. Oder? Ausdauer... Ausdauerkapazität. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt schon nutzen sollte. Aber Energie ist immer gut. Das reicht mir erst mal wieder. So, Linie 4. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich noch weiter runter. Also, das ist die Abenteuerung. Das ist die Abenteuerung. Wir haben ja auch etwas in einem Schlaf. Oh, das ist die Abenteuerung. Weitere nicht. Das ist die Abenteuerung. Werden wir uns nicht. Also, das ist die Abenteuerung. Ein Abenteuerung. Ich wollte das. Es tut mir leid. Es ist mir leid. Es ist mir leid. Es ist mir leid. Geh deine Hand von mir! Wenn ich dich nicht besitzen würde, dann würde ich es mir leid. Okay, ich werde nicht kämpfen. Bitte, nicht mich. Wir haben ein wenig gedauert. Desperate Zeiten und alles. Insofern, danke für die Steine. Der größte Erdbeziger war in der Mall. Er wurde ziemlich schnell verabschiedet. Es gibt wahrscheinlich andere Erdbeziger, die immer noch Menschen haben. Wir müssen die Stadt wegziehen, um sie zu finden. Und du siehst nie mehr, als ich mich zerbrechen aus wie so gut. Cool, dass das schon einem Opfer geholfen ist. Mein Gott, ich sieht aus wie ein Zombie. War ein Vampir. Gut. Wo muss ich lang? Oh, zu Hölle muss ich lang? Wahrscheinlich muss ich da durch Ja Ist da noch irgendwas zum einsammeln da rechts? Ja, da ist was Kann ich das Ding hochheben? Nein, kann ich nicht Muss ich mir merken, dass... Oh Gott, ist das eine Waffe? Munition! Die Stelle muss ich mir unfassbar merken Äh Wie öffne ich denn die Map? Ich weiß es nicht mehr Ähm Ich bin jetzt hier Wozu... Ach scheiße, das ist die Oberweltkarte, aber nicht die Aber nicht die Karte der U-Bahn Egal, ich muss irgendwie außen rumlaufen